As-11-Taschenrechner Dass Apples Betriebssystem As-11 trotz mehrerer Updates kurz hintereinander nicht fehlerfrei ist, konnten iPhone-Nutzer bereits feststellen. Nun kam eine neue Schwäche zum Vorschein, die vorinstallierte Taschenrechner ab auf dem Smartphone scheitert unter Umständen bei den Grundrechenarten. Auf der Plattform Reddit beschwerten sich Nutzer über die Fehlfunktion. In der T-Online-Redaktion wurde der Rechner getestet und tatsächlich, die abkommt bei schnellem Tippen nicht hinterher. Gibt man beispielsweise schnell hintereinander 2 plus 5 plus 6 ein, erhält man nicht etwa 13 als Ergebnis sondern 58. Das zweite Plus wird nicht registriert und somit rechnet das Handy 2 plus 56. Schuld daran ist das neue Update von As-11, durch das es zu einer Verzögerung kommt. Nutzer, die nicht gern im Kopf rechnen, können sich Abhilfe verschaffen, indem sie eine Taschenrechner-App von einem anderen Anbieter aus dem Abstur herunterladen.